Herzlich Willkommen bei Quarks und Co. Unser Gedächtnis ist etwas Phänomenales. Doch es funktioniert nicht so wie eine Computerfestplatte. Nicht alles, was darauf abgespeichert wird, bleibt. Denn wir vergessen auch. Kennen Sie noch den Namen Ihres Deutschlehrers in der 6. Klasse? Oder erinnern Sie sich an die Handynummer Ihrer Tochter? Oder, das passiert mir oft, Ich vergesse zum Beispiel die PIN-Nummer meiner Kreditkarte. Also das Vergessen scheint offensichtlich zum Alltag dazuzugehören. Doch es gibt Sonderfälle. Stellen Sie sich vor, Sie vergessen plötzlich Ihr gesamtes Leben. Und genau davon erzählt unsere erste Geschichte. Eine unglaubliche Geschichte.